Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie wir wissen, Patch 9.2.5 erscheint nächste Woche Mittwoch bei uns, also am 1. Juni. Es gibt jede Menge zu entdecken, ich habe auch schon einen Survival Guide gemacht mit den wichtigsten Inhalten und an dieser Stelle haben wir die offiziellen Patch Notes von Patch 9.2.5. Ich habe euch diese zusammengetragen auf g6gaming.com, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache und ihr könnt euch über dieses Menü hier oben direkt zu den Themen durchklicken, die euch interessieren, beispielsweise Klassen. Gibt es da irgendwelche Buffs, Nerfs oder sonst irgendwas? Wurde alles danach sortiert. So kommt ihr zu den wichtigsten Punkten. Ich will jetzt auch gar nicht mal alles auf einmal durchgehen. Wie gesagt, die Parts, die euch interessieren, könnt ihr euch gerne durchlesen. Was ganz interessant ist, ist halt dieses fraktionsübergreifende Instanzen-System. Ich habe auch immer nochmal, wenn World of Warcraft dazu eigene Links hatte, habe ich die nochmal mit drin gelassen oder reingepackt, wo ihr euch dazu mehr durchlesen könnt. Letzten Endes, was passieren wird, ihr könnt über Premade Groups euch für Instanzen und so weiter anmelden. Hier stehen auch drin, welche nicht angemeldet werden können. Was halt nicht geht, ist beispielsweise, wenn ihr über den Dungeon-Browser nach HC gehen wollt. Das funktioniert nicht. Dazu, Mausoleum der Ersten wird, ähm, Realm-übergreifend mythisch abkommender ID ebenfalls, äh, möglich sein. Das ist sehr, sehr interessant. Normalerweise war das ja, glaube ich, erst wenn beide Ruhmeshallen von Allianz und Horde voll waren. Und ich meine, die von der Allianz ist bei weitem, noch nicht voll. Wir haben aktuell 120 Jailer-Kills, Mythic plus minus. Und davon sind die wenigsten von Allianz-Gilden. Also, ich glaube, 80-90% sind Horde. Aber gut, wie dem auch sei, Gegenstände, Belohnungen, haben wir ein paar interessante Sachen. PvP, neue Arena ist dabei. Ähm, es gibt ein paar Klassenanpassungen für Todesritter, Hexenmeister und so weiter und so fort. Quests wurden angepasst. Blutelfen und Dunkeleisenzwerge haben neue Questlines. Ähm, für Torgast stehen alle Flügel offen. Das ist sehr, sehr nice. Es ist einfacher, die ganzen Dinger freizuschalten. Also, ihr müsst jetzt theoretisch nicht mehr mit einem neuen Schar von 1 bis 16 alles durchspielen, sondern 1 bis 8 standardmäßig frei. 9 bis 12 erhaltet ihr nach Abschluss von Ebene 8 und 13 bis 16. Dazu müsst ihr noch alle vorherigen Ebenen abschließen, also 9 bis 12. Aber trotzdem, das ist wesentlich einfacher als zuvor. Benutzeroberfläche gab es auch ein paar Sachen. Pipapo, wie gesagt, lest euch gerne das durch, was für euch interessant ist. Hier habe ich euch auch den Survival Guide nochmal verlinkt und gleichzeitig findet ihr diesen auch auf g6gaming.com. Auch beispielsweise mit dem Hinweis, dass Season 4 ihr eben jetzt noch nicht startet mit dem Release von Patch 9.2.5. Das wird noch ein Momentchen dauern. Gut, damit steht eigentlich dem Patch Release nichts mehr im Wege. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch drauf freut. Damit danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Damit unterstützt ihr mich enorm. Bis dahin, habt eine gute Zeit reingehauen.